Ich sitze in einem Garten. Meine Freunde sind bei mir. Wir trinken Kaffee und essen Kuchen. Wir schwadronieren über unser Vaterland. Es klingelt. Ich sehe, wie sie näher kommen. Mit dem Besuchungsbeschluss in der Hand. Fassungslos nehme ich es entgegen, lasse es geschehen. Mit Herzklopfen schaue ich ihnen zu, wie sie arbeiten. Werden sie etwas entdecken? Nach fünf Minuten verlassen sie meine Wohnung. Wir sind geschockt. Wir können nicht mehr sprechen. Wir möchten schreien und fluchen. So lieben wir doch nur unsere Heimat. Nichts weiter. Da kommen die Wärter der angeblichen Demokratie und kontrollieren unser Leben. Werden wir je frei sein von der Last der Vergangenheit? Bis dann, bis dann. Dieirect��요. Wir lassen es nicht hier sein von der Halter Ahnung. Wir brauchen unsere Heimat. Und es wird ideales sein. Wir sehen uns, was ihr das ganze Schöne TRADE.